Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tekken! Nein, der Bitch umlügt, wir haben beim letzten Mal nicht gefehlt. Wir haben in der letzten Folge, in der allerersten Folge mit Yoshi mit so die Story durchgeballert. Ich weiß nicht, ob das gerade grammatikalisch Sinn gemacht hat, auf alle Fälle. Nur mal ganz kurz nochmal hier zur Ansicht, nicht dass irgendeiner denkt, ich cheat hier, weil das war schon... Das ist jetzt wieder ein Tag, ja? Ja, das war so heftig, da habe ich Kopfschmerzen gekriegt und ne, ich denke mal, die Kopfschmerzen kamen vom Wetter. Aber auf jeden Fall, ne, das war schon ziemlich heftig. Und mir ist aufgefallen, wir waren zeitlich gar nicht mal so doof, weil ich habe ja vergessen, die Intro-Zeit, die am Anfang kam, mitzuzählen. Das heißt, wir haben gar nicht 20 volle Minuten dafür gebraucht. Auf jeden Fall, what the shit. Machen wir mal weiter mit Nina hier. Mal sehen, wie gut das da läuft. Okay, Michelle gleich zu Anfang. Die war ja in der letzten Folge nicht ganz so ein Dings. Auf jeden Fall habe ich auch den Zaun ein bisschen leiser gemacht, weil er mich zum einen ein bisschen genervt hat. Und zum anderen habe ich auch im Nachhinein gemerkt, das war wirklich schon grenzwertig. Also für mich jedenfalls, wie gesagt, wie ihr das wieder seht, ist eine andere Geschichte. Ich sehe das immer so gerne so melodramatisch, wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr pingelig bin ich da. Aber gut, schauen wir mal. Yoshi-Mitsu, du alter Kollege. Jetzt hast du mal die Chance, deine Skills zu zeigen. Man kann ja nicht gegen sich selber antreten. Yes! What the shit, was geht ab? Was geht ab? I'm the king, man. Oh Gott, okay. Ist das... Ne, ne, ich werde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist viel zu einfach. Guckt euch mal den Scheiß an, ja. Das, das habe ich jetzt davon. Das habe ich jetzt davon. Ist scheiße, okay. Nina! Komm schon, zeig mir, was du kannst. Wow! Weh! Eh! Immer schön, Andréf ist die beste... Okay, daneben nicht. Yes, yes! Oh nein. Okay, ich habe doch... Ich drücke doch die ganze Zeit die Dings-Taste. In den späteren Spielen kann man doch sowas blocken, indem ich halt... So, so Dings einsetze und so, ne? Aber das scheint hier noch nicht zu gehen. Das ist die ultimative Attacke. Ne, ne, ne. Ich mag diese, diese Faust-Attacke, äh, diese... De, 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 de. Aber die müssen wir natürlich auch schon mal treffen hier, wa? Nein, nein. Autsch. Au, au, nein, 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 nein. Oh Gott, perfekt. Peinlich, peinlich. Oh, komm schon. Komm schon. Eh! Yes, motherfucker. Autsch. Nein, nein, nein. Jetzt ist es gleich er... Ja, ah, ich hätte blocken sollen. Ich, ah, ja. Mach zweimal dieselbe Scheiße hintereinander. Und das nennt sich dann schwer. Ja, ich nenne das den Pussy-Mode, man. Hier, du fällst. Hackenschuhe und so, ne? Moment, der hat keine... Ah! Jetzt hab ich auf ihre Schuhe geguckt. Der hat keine Hackenschuhe an. Sieht schon aus wie Pantoffeln. What the shit? Ich greif dich mit Pantoffeln an. Eeeh! Ja, bei Tekken kommt es sich drauf an, was für ne Tritttechnik du hast und dann welche Schwul du trägst. Vielleicht solltet ihr mal, wie nennt man diese Spikes? Spikes solltet ihr tragen. Wow. Na, what the shit? Hab ich dir erlaubt, ob ich drauf zu springen? Wääh! Wääh! Yes! Yes! Komm! Yes! Wääh! 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 Yes! Das geht ab! What the shit? Wieso leckt dieses Areal so? Ist das Stadion so mächtig? Okay. Leute, ich hoffe, wir kriegen den Kampf schnell hin, denn das ist ja... Das ist gemein. Das ist ja nochmal Kämpfe unter Behinderten-Voraussetzungen hier. What the shit? Oh yeah! Ich hab mir Komo gemacht! Oh Gott! Ich sehe jetzt schon das Wut... Ah! Yes! Ja, gut. Gut, dass wir es geschafft haben. Das ist ja... Das ist ja schlimm, hier zu kämpfen. Ach ja, und die Wüste, die hält ja dann aus, oder was? Sieht doch viel cooler aus. Oh, Moment. Moment. Moment! Law of Stufe 5. Ich hab ein bisschen Angst jetzt hier, oder? Äh! Nein! 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 Oh, es scheint mir die Fresse gehauen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Yes, yes! Komm! Nein, einmal noch, einmal noch. Ah, komm, ich muss ihn doch nur von unten treffen. Nein! Nein! Oh, du Bitch! Ja, sowohl... Beide, ihr könnt euch beide gebitcht fühlen. Ich nenne euch hiermit zu den besten Bitches aller Zeiten. Oh, shit. Äh! Nein, 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 okay, ja, 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 la, 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 la Nein, 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 nee. What this shit? Das war irgendwie gerade ein Fail, oder? Weh. Hallo, ich bin hier vorne. Wir wissen alle, du bist ganz gut drauf, aber... Ehh. Yes. Nee. Komm schon. Nein, 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 nein. Okay, ja, 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 ja. Geh, ich krieg dich. Autsch. Okay. Yes, guck mal, sowas wollte ich machen. Das kann anscheinend auch nicht jeder so toll wie sie. Nee, jetzt bin ich dran, so macht man das. Bitch schlapp. Bitch kick, Mann. Bitch kick. Bäääau. Volltreffer for the win. Oh, nein, nein, komm, einmal noch, einmal noch. Ich will doch nur einmal treten. Einmal treten, yes. Oh, ja, King, okay. Ah, wie geht's, King? Du bist hässlich. Verschwinde. Guck mal, die Karte hatten wir noch nicht. Yay. Okay, Stage 6. Hab mich ver... äh, letztes Mal gewundert. Wir hatten am letzten Mal neun Stages, ne? Ich dachte, das sind 10. Haben die 10 Keinver, ich weiß es nicht, wir sollten 10 haben. Autsch. Autsch. Okay, das war jetzt Test, das war alles, alles so geplant. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, oder? Du bist... Jetzt müsste es noch schlimmer werden. Eeeh, yes. Gekontert, Bitch. Yes, gekontert, Bitch. Komm, versuch's nochmal. Try and Error. Try and Error. Ha! Yes! Ha! Du bist so ein... Du bist so ein Depp. Ha! Ha! Oh, was? Kazuya? Oh, nein. Oh, Gott. Tja, das war gut. Wie... Wie so ein Tier. Das... Der... Tiger, der... Der hat seinen... Der hat seinen Namen nicht umsonst. Das hätte ich mal gesagt. Seinen Samen nicht umsonst. Gut, das kann ich nicht feststellen. Aber der... Der hat... Das war... Das war schön. Ne! De, 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 de! Oh, nein! Oh, Gott! Nein, das ist... Die Attack ist doof. Ich wusste gar nicht, dass er sowas im Ersten konnte. Ah! Nein! Eeeh! Autsch! Das war jetzt aber doof. Nein! Nein! Lass mich doch mal aufstehen! Yes! Bitch, stop! Nee! Bedeutung, Bedeutung, Bedeutung! Yes, motherfucker, yes! Anna, das war ja... Achso, die gab es hier auch schon. Boah, bist du hässlich. What the shit! Fängt gleich mal total bitchig an hier. Jetzt gibt es bitchklapperei. Na, was? Ich habe doch... Ja, da hätte ich doch gekonnt. What the shit! Kannst du mir auffallen, um mich rüberzuspringen? Habe ich deine Bitch oder was? Naja, ich weiß es nicht. Kann sein, aber... Nee, trotzdem. Äh, äh, äh. Die müsste jetzt irgendwie dieselben Attacken drauf haben wie ich. Ja, tatsächlich. ist nur ein anderer charakter sind so die meisten es gibt ja noch kumi mit so und das ist quasi joshimitsu nur in bauernform und so also guck mal das kann ich auch ich hab mich getroffen man kommt schon wir müssen die zuschauer begeistern wir müssen über andere attacken einsetzen nicht immer dieselbe nicht immer dieselbe nicht immer dieselbe nicht immer die rennen komm her bitch oh yes, yes, komm mal einmal noch nein nein what the shit ich hab noch jetzt das sah gut aus das sah gut aus guck mal guck dir den an bam bam with your face hi Hachu Hachu Gesundheit hallo Gesundheit wie geht's dir nein das hat er beim letzten mal auch gemacht innovationsloses Arschloch kommt ja genau sag mal mal gut ja bam das hast du jetzt aber oh schade das hätte was werden können ach gut nein 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 verpiss dich ich mach jetzt hier mal einen auf den ich lass ihn ankommen und dann trete ich ihn weg so wie bei King aber er ist kein er ist kein Tiger Moment King ist auch kein Tiger oder war das ein Tiger das war kein Tiger das war ein was war das war das ein Böwe King bin ich aber muss ich aber mal überlegen hier was will er was will er da stehen nee kein Tiger kein Tiger glaub ich nicht nee nein nein das mach ich aber mal probier hier mal ein bisschen what the shit das war aber gott unfair aber egal hat irgendwie geklappt Black ist auf meiner Seite Sieg für Rawon in einer enormen Zeit Bitch in einer enormen Zeit von dem Eine große Herausforderung ein 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 Ach so, ich wollte gerade sagen, sie hat wahrscheinlich sowas gesagt wie Wieso gässt du mir nichts von deinem Geld? Batsch, Bitslap Bitslap, nein Es ging um die Schuhe, naja gut Haben sie sich gegenseitig die Schuhe geklaut, naja gut Leute, ich bin begeistert Das war doch mal, so muss ein Durchlauf bei Tekken sein, Gottverdammt Ich hoffe, ihr seid auch wieder in der nächsten Folge dabei Das war jetzt aber, puh, ich bin begeistert In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya